Im Ortskern des historischen Winzerdorfs Birkweiler finden Sie den liebevoll restaurierten St. Laurentiushof aus dem 17. Jahrhundert. Hier im traditionsreichen Restaurant mit seinen komfortablen Gästezimmern lädt Sie die Familie Arbiter zu einem erholsamen Aufenthalt ein. Unser Koch und sein eingespieltes Team verwöhnen jeden Gaumen. Täglich wechselnder Mittagstisch bietet schmackhafte Gerichte der Saison. Einmal im Monat bieten wir dazu dezente Livemusik. Unter Weinlaub und überdachten Sitzplätzen sind besonders an lauen Sommerabenden unsere Freiluftplätze sehr beliebt. Genießen Sie einen schmackhaften Saisonsalat oder einen herzhaften Winzerteller zusammen mit einem Glas trockenen Riesling aus einem der umliegenden Weingüter. Lassen Sie sich von der Ruhe und Gastlichkeit unseres Hauses verwöhnen. Im Zusammenspiel von alten Steinmauern und modernem Komfort bietet der St. Laurentiushof sechs Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Alle Zimmer sind in ruhiger Lage und mit Bad und Fernsehen ausgestattet. Bis bald im St. Laurentiushof im südpfälzischen Birkweiler. Bis bald im St. Laurentiushof im St. Laurentiushof im St. Laurentiushof im St. Laurentiushof.